Geschichten aus dem Pauliandergarten Und, was darf's sein? Ah, versteh, ein Weißbier und zwei Weißwürste. Und für Sie? Alles klar, ein helles und einmal Leberkäse. Und für der Herr? Einen Speze will er und einen Rinderbraten. Und, was darf's bei Ihnen sein? Guten Tag, ich hätte gern so ein großes Bier und einen schönen Bräuler mit Beilachen. Was wollt Sie? So ein großes Bier und einen schönen Bräuler mit Beilachen. So, Freitag, jetzt lernst du erst einmal Deutsch und dann kommst du wieder. Und besser Pauliander. Applaus